Aber hier ist nichts zu essen. Ach nee, ne? Was ist das da vorne? Dorf! Wichtig! Direkt. Weise Entscheidung von mir, mal wieder. Sehr, sehr weise Entscheidung von mir. Also ich sag, ich brauch zwei Stunden. Das Problem ist, Chat, was ich habe... Hier läuft's. Niemals! Hier läuft's. Jetzt sehr gut. Ich hab was richtig, richtig Seltenes gefunden. Also richtig, richtig Seltenes. Also richtig overpowered auch. Dann wird's ja Zeit für'n Fortnite Back-to-Back. Es wird kein... Es wird nicht Zeit für'n Fortnite Back-to-Back. Es wird Zeit für'n Fortnite Back-to-Back. Oder Lacher. Ich werde kein Fortnite Back-to-Back machen. Oder es ist ein... Oder es ist ein Lacher, äh... Lacher, 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 Lacher. Du kannst dich am... Bro. Wann hast du angefangen? Wann hab ich hier angefangen? Ja, ich hab's ja früher, dass du angefangen. Ja. Also Ruhe. Dann mach'n Bro so. Arnel, danke dir für deine zwei giftet. Ah, ich hab' kein Holz. Ich hab' kein Holz-Shit. Kein Holz hier. Mast! Ja. Ich werde mir gleich... Ich mach' mir... Ich bekomme, ist ja gesagt, Lachs. Mit Pommes. Und werde... Dabei... Weil ich schon die ganze Zeit Hunger habe. Deinen Stream gucken, wie du brichst. Währenddessen ich esse. Das ist das einzige... Ist dann fertig oder was? Hä? Ist dann fertig oder was? Nein, nein. Währenddessen ich esse. Werde ich mich dabei ergötzen. Wie du... Warte mal, wie... Hast du immer noch nicht deine Folge? Es wins. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Ey, wie... Chat, wie komm' ich an Holz? Moin, Willi. Willi ist auch schon bei mir. Unterwegs. Salam Aleikum. Was für ein Baum? Ist kein Baum. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Willi. Ich hab' einen Topf der G gespielt. Ach, hier. Gibt's noch safe, was zu looten oder nicht? Hier ist es ein Noten-Game, ne? Dass ich auch nie lerne, beim Wind nicht zu springen. Ich lerne es nie. Ich lerne's einfach nicht. Oh. Oh. Bist du gerade im Finale rausgeflogen? Äh, ja, ewiger Zweiter eben. Teilart. Alter, vier wird dich brechen. Was machst du... Warte, was machst du danach? Das weiß ich noch nicht. Aber du würdest sagen, geh in Alter 4 rein. Ich weiß es noch nicht. Naja, ich glaub' ich geh in Valo. Vailo? Ja. Auch sehr gut zu gucken, find' ich. Ah, die 20 Kills müssen her. Ich will aber hören, wie du mit deinen Teammates redest. Und wie sie dich trash talken, weil du die ganze Zeit reingehst. Und ich werd die ganze Zeit reingehen und ich werd denen mal Schummels machen, dass ich meine Teammates belabere. Dass sie mir die Kills lassen sollen wegen einer Win-Challenge auf Twitch. Das ist respektlos. Und du willst mir irgendwas... Also, du willst mir irgendwas erzählen. Schaut ihn euch an, Chat. Denn die Frage ist nicht mehr, ob geschummelt wird, sondern nur, wie häufig. Das ist so geisteskrank, dieser Mann. Was schummelt, hat immer ein Ass im Ärmel. Immer. Ich will es nicht riskieren, Chat, für ein paar Eisen. Aber ich hab' kein Holz. Das ist das Ding. Riskiere es, Rod. Riskiere es. Nein, nein, nein. Doch, 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 doch. Mach das. Ich hab' kein Holz, Chat. Mit, mit. Oh, ich hab' dir recht. Mit, mit nehmen, ja, ja. Warte mal, Koordinaten abspeichern. 350, 200. Okay, ich lauf' jetzt irgendwo hin für Dings. Ähm, Anigra, danke dir für deinen Zap gefahren, Kai. Danke, danke, Junge. Sechs Leute fliegen raus. Er ist wieder da. Sei ein Sohn. Sei ein Sohn. Sei ein guter Sohn. Festhalter 69? Nein, Kahn 40. Er wird dich ficken. Nein, er entpuppt sich als Sohn. Er wird dich ficken. Er, er entpuppt sich als Sohn. Er ist ein guter Sohn. Du würdest sehen, er wird dich ficken. Ich glaub' nicht. Oh, da vorne sind Bäume. Nein, Baum. Ich glaub' nicht, wie falsch geht's jetzt. Ja. Eine Geek Lobby. Hilfe. Hat er dich gefickt? Nein. Finale wieder. Bitte Sprungprobe und Abfahrt. Er wird dich aber ficken. Du weißt es. Sprungprobe, bitte. Nicht Hexrolle. Nicht Krake. Tja, egal. Was ist gekommen? Was ist gekommen, Bro? Chat, was hat er bekommen? Knallball. Kurz Auge legen, Chat. Auch wichtig. Zwischendurch. Auge legen. Einfach so. Das bricht mich. Das bricht mich selber. Das bricht mich einfach selber. Das bricht mich einfach selber, Chat. Oh mein Gott. Bricht mich das. Warte mal, gibt's hier keinen normalen Stein in dem Bion? Digga, also, hier ist aber alles gegen mich. Kann das sein? Jetzt kann ich hier keinen normalen Stein abfahren. Ach nee, Digga. Och nee. Oh mein Gott. Ah, da unten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde noch Minecraft durchspielen, Chat, ja? Ich, Digga, ich war zwischendurch so müde. Fertig? Oh. Chat. Ich habe mein Essen bekommen. Ich habe... Ich habe bei den letzten Win-Challenges... Habe ich den Fehler gemacht? Chat. Ich bin... Direkt... Direkt... Danach... Pennen gegangen. Und... Ich weiß ganz genau, dass wenn ich jetzt offline gegangen wäre... Dann wäre ich eingepennt. Und so werde ich wahrscheinlich um 23 Uhr offline gehen. Und werde einen normalen Rhythmus haben. Mast schummelt mit X-Ray. Wird man gebannt, wenn man X-Ray used? Digga, damals im UAC hat jeder X-Ray benutzt. Wirklich jeder. Da hat einem wirklich jeder gerait. Bitte, hättet ihr mich nicht. Don't do it. Bitte, hättet ihr mich nicht. Ja. Oh, was? Oh, ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe keinen Sound. Ich habe keinen Sound. Warum? Warum habe ich nichts gehört? Ich bin fast dead. Ich bin fast dead. Warum habe ich keinen... Warum habe ich keinen Sound-Chat? Was habe ich von der Taste gedrückt? Wir haben Sound. Echt jetzt? Oh! Ah! Nein! Und was ist das? Digga, was war... Warum habe ich keinen Sound-Chat? Ihr habt aber Sound. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Hörer, wireless. Guck mal. Kopfhörer. Ah, jetzt habe ich Sound. Achso, ich habe selber bei mir Ton ausgemacht. Oh mein Gott, warte mal. Ich muss hier erstmal ganz schnell weg. Chat, was war das? Was war das da gerade, wo ich war? Big Loot. Und was ist das da hinten? In diesen Minen-Cards, kann man da gute Sachen finden? Riesen. Rooting, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe eine richtig fette Höhle, ne? Digga, ich habe aber noch kein Equipment. Wie viel Eisen habe ich? Vier Eisen. Ich brauche eigentlich full Iron-Chat. Ich brauche full Iron-Chat. Ich brauche unbedingt full Iron. Mach dir ein Schild. Oh, guter Call. Guter, guter Call. Wie ging das nochmal? So, oder? Ja. Ja. Digga, warum ist der so weit oben? Digga, warum ist der so weit oben? Check ich nicht. Ja. Gönn doch Eisen! Achso, das ist Eisen. Nee, das ist Gold. Warum ist die, warum ist die immer nur Gold? Digga, hier ist auch nur Gold. Hier ist auch nur Gold! Digga, hier ist nur Gold. Ne, ich bin so vorsichtig. Hier, also warum, warum... Da gibt es viel Gold, aber kein Eisen. Das fack mich ab. Ich brauche unbedingt full Iron erst. Hello! Oh mein Gott. Ja. Hello, guys! Wie läuft's? Ich bin in Wader drin. Hm. Und sie werden dich brechen, Miki. Ich muss nur 20 Kills machen. Brechen. Und alte vier durchspielen. Und was hat dir Danny gegeben? LOL, back to back. LOL, back to back. Ja, das wird schallern noch. Das wird richtig krachen. Noll, back to back wird richtig schallern. Bitte. Was ist das für ein Biom? Digga, das ist mir alles so fremd. Das ist mir alles so fremd, Chat. Es... immer, 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 immer. Immer runter, schnell runter, schnell weg. Ja, runter, schnell runter, schnell weg. Chad, soll ich mir eine Eisenpicke machen? Ja, oder? Ne, ich muss mein Crafty Table mal abbauen. Mein Gott, ich hab keine Sticks. Obwohl, ich hab noch ein bisschen Holz. Wie schnell, so. Oh. Scrabble. Digga, warum ist es so dunkel eigentlich? Ich muss irgendwie an Eisen kommen. Ich will mir erstmal, erstmal mit Full Iron will ich hier durchgehen. Ab welcher Höhe ist Eisen? Elf? Was? Eisen. Was ist das denn? Okay, ich bin gleich Level 12. Level 12. Wenn ich hier eine Höhle finden würde, wäre krass. Soll ich so weitergraben einfach, Chad? Was ist das? Ich müsste hier eine Höhle hier so finden. Aha. Was war das für ein Sound? Ich suche jetzt so eine Höhle, Chad. Ich suche jetzt so eine Höhle, Chad. Digga, das hört sich so an, als wenn ich da einen Zombie angreife, wenn man das Ding abbaut. Ich gehe auf die Diamanten, Chad. Ich bin gierig. Ich bin gierig, Chad. Ich bin gierig und stolz. Obwohl, eigentlich brauche ich keine Dias. Ich brauche erstmal eine Höhle. Ey, hier ist voll dumm, was ich hier mache, glaube ich. Das ist volle Zeitverschwendung. Aber hier muss doch irgendwo eine Höhle sein. Ich kriege das noch. Digga, mein Hack ist gleich kaputt. Ich glaube, ich gehe hoch, Chad. Keine Zukunft. Keine Zukunft hier. Ich glaube, ich gehe hoch. Ich glaube, ich gehe hoch. Chad, das hat die gerne in Zukunft. Ist unnötig. Okay, gut. Ich frage mich wirklich, ob das Passwort von Cadi von seinem Dropbox-Account 12345 ist. Also, es ist wirklich geisteskrank. Das ist falsche Ehrgeiz, die Höhle hier. Oder ich kann... Kann ich hier runtergehen? Nee, ne? Doch, ich kann hier runtergehen. Oh mein Gott, da ist viel Eisen. Smart. Klau im Leben. Okay, wichtig. Klau im Leben. Klau im Leben. Gibt es hier Kohle? Oh mein Gott, ne Wie mach ich das jetzt, Digga Ich bin so überfordert jedes Mal Chat, was mach ich jetzt am besten? Erstmal einen Wassereimer, oder? Und dann eine Ich mach das mal so jetzt So, vielleicht find ich noch was Oh mein Gott Oh mein Gott Hä? Er ist da drin? Digga, ich hab einfach schon Stress, wenn ich gegen eine Spinne feite Wie soll das gegen den Enderdragon sein? So, ich mach mir den Eimer Ich mach das Okay, ich mach das Okay Looting 1 Brauch ich Looting 1 Obwohl doch Wenn ich Endermans fahren gehe Boah Boah Lass mich mal ein bisschen essen, Chat Um bei Miki zu gucken, wie er verkackt Das ist wichtig Das muss ich sehen Nein, wie viele Kids hat der? Wie viele Kids hat der? Boah Boah Boah, ich hoffe so heftig Der hat 19 Kills am Ende der Runde 16 4 Hier Yes Wissen wir was der Call ist, Chat? Er wird Richtig hoch gewinnen Er wird richtig hoch gewinnen Und deswegen macht er keine Kids Stimmt, er muss Auge auf sich selbst machen Ja So ein Bastard Der Chamber Spielt er hier einen auf Spielt er hier einen auf Wichtig Wichtig Und in seinen Chat Ein Mir die Die Gut So So Mein Teller weg, Chat Die Olden muss klein Nein So mein Leben Das ist 13 13 es gibt nichts schlimmeres als wenn du was zwischen deinen zehen hast schlimmste gefühl aller zeiten also du bist auch ein patient du hast bisher in meinem chat dir nichts anderes geschrieben außer ort kannst du mal dein zeig mal dein fortnite spinn ist das zeigt mal dein fortnite spinn stehst du auf füße zeig mal dein fortnite spinn ort kannst du mal dein fortnite spinn worat kannst du mal dein fortnite spinn zeigen du hast aus zehn fragen mich nur gefragt ob ich mein fortnite spinn zeigen kann ist dir nichts besseres eingefallen wirklich ich mit papa platze ich bin immer down für sowas ich habe meine boks sammlung dass aus außerdem kämpfe ich nicht Chat, ich habe so eine THC nach Ein Kollege von mir hat so eine THC-Vape Von Amerika nach Deutschland geschmuggelt Die ist geisteskrank Der hat die da gekauft für so 20 Dollar Die könnte man hier save, save, save Also real talk, no cap Save, save, save für 200 Plätze Sag ich Überkrasses Geschäft Und der Junge hatte das einfach nur In seiner Bauchtasche drin Ich hatte auch einen Kollegen, Chat Der hat auch einfach aus Versehen Von Amerika Nach Deutschland Von Deutschland nach Amerika Ein Gramm geschmuggelt Ohne dass er es wusste Warte Ja, das ist krass, ne? Da macht die alle wieder Auge Hm, wo brauche ich denn nicht? Ich bin ein fucking Macher, ich mach das jetzt Kali Job Niemals Nein Niemals 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 Fancy Fancy Man, Digga Ich dachte es, weil sie so viel Auf einmal geschrieben haben Wie kann man so schlechte Menschen sein? Ey Digga, ich brauche jetzt Iron, Alter Ich muss mich langsam straffen Digga, ist OP Goldapfel noch so OP wie früher? Oder ist der jetzt anders? Guck jetzt Ich traue mich von hier Ich brauche doch nur eine Höhle, Chat Digga Ey, Mann Ey, ich will noch früh fertig sein mit der Challenge Das kann nicht sein Maxime, danke dir für deinen Sub Danke auch, äh, hier Generell für alle Subs Weil ich während der Ey, Digga, ich laufe schon wieder so random rum, Chat, Mann Ich buddle mich jetzt hier runter Ähm Weil ich während meiner Auge Ich brauche keine Haare Deswegen danke Oh, nee, ne Ich konnte während der Win Challenge keine Sub Der eben hat es doch verstanden Ich konnte während der Win Challenge Es sind nicht so viele, äh, Subs vorlesen Haben wir das nicht verstanden? So Runter, runter, runter Runter Ich brauche mich gerade runter Und wenn irgendwas kommt, mache ich MNG Digga, ich muss doch eine Höhle finden oder so, Mann Das kann doch nicht so schwer sein Real Talk, Bro programm Und jetzt direkt in den Diamanten rein. Digga, es kann nicht sein, dass hier komplett keine Höhle ist, Chad. What the... Welche Höhe ist am besten, um Höhen zu finden? Ich gehe mal Diamanten fahren. Annel, danke dir für deinen Subkirfer an Aiden. Auch wilder Sub. Ey, das Ding geht voll schnell kaputt. P-Gags. Digga, ich mache gerade nur Scheiße, Chad. Ey, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin überfordert mit diesen Biomen. Ich finde keine Höhlen. Wo Redstone sind, sind auch immer Diamanten. Chad, das ist die Theorie. Ich brauche das eigentlich gar nicht. Diamond Pick und dann Nether. Glaubt ihr, ich kann den Ender Dragon auch ohne Dings besiegen? Ohne Rüstung? Wisst ihr was? Ich versuche es. Ich brauche mich jetzt hoch und versuche es. Doch, ich schaffe das, Chad. Mit Betten. Basti hat gesagt, Betten sind richtig schwer. Aber Full Iron ist easy. Oder was, Chad? Digga, diese Biome hier sind richtig scheiße, Chad. Von Gott. Soll ich einfach Wasser gehen und hoffen, dass ich ein Wasser-Dings finde? Irgendwie ein Wasser-Iron? Glaub ich, macht mehr Sinn sogar. Ah, ich habe Wasser. Ah, nee, warte mal. Trotzdem mal Türen. Mach Boot. Ich will von meinem alten Dorf nicht so weit weg, ständig. Und eigentlich ist es egal, oder? Ich mache mir mal ein Boot. Habe recht. Boot ist OP. Habt ihr recht. Ramona, danke für den Prime. Soll ich hier zwischen? Hier ist auch eine Cave. Ah, nee, scheiß auf. Ah, nee, scheiß auf. Mickey bei 16. Wie viele Runden hat der noch zu spielen? Da ist mein ursprüngliches Dorf. Hier rechts. Oder ist es das ursprüngliche Dorf? Nee, das ist es nicht. Es ist nicht das ursprüngliche Dorf. Und hier unten ist noch irgendwas. 10, 6. Ist hier noch Loot-Chat? Nee, ne? Nichts, wie viele Runden hat da. Hier ist es das ursprüngliche Dorf. Dann kommt es immer zurück. Okay. Dann kommt es jetzt wieder zurück. Sollte wie viel Runden hat. Das ist verrückter wie Runden hat. Wie viele Dinger. Nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will nur meine Rüstung voll haben. Mehr brauche ich nicht, oder, Chad? Eine Rüstung. Wie viel habe ich denn jetzt? Zwölf. Wieviel brauche ich für Full Iron? Oh mein Gott, ich hoffe, fetter Stuff. Schön. Uh, auch noch mal Eisen. Wichtig. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Was haben wir noch? Uh, Bibliothek. Auch wichtig, oder? Schau mal. Ich will mir den Zuckerrohr wegwerfen. Was ist denn hier los? Gold? Ja, der ist so. Die, die ... Gar ich mein Boot? Eigentlich schon, oder? Soll ich den Gohlen ficken? Jetzt bin ich safe, oder was? Bei so vielen Blöcken? Idiot. Ey, warte mal, ich hab genug, oder? Ey, ich hab genug für Full Iron. Okay, ich hab genug für Full Iron. Okay. Wichtig. Wichtig. Genug für Full Iron. Ich mach mir jetzt Full Iron. So. So. Äh, so, so. So, 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 so. So, 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 so. Hey, was ist mein Zombie? Okay, so. Ähm. Okay, so. 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 Und. Hatte ich nicht noch was? Was war's, oder? Okay, 12. Ich mach mir jetzt Full Iron Chat. Chess. Hose. Schuhe. So. Und jetzt Helm. Digga, diese scheiß Katze! Ich mach' aus ihr gleich chinesischen Sushi, Alter. Was soll das? Was nervt die so rum? So. Okay, looting. Aber ich hab' eh kein Envel. Kann man Apfel braten? Schiss. Oh. Schiss. Okay. Okay. Okay, jetzt kann ich Richtung Portal gehen, oder nicht? Oh mein Gott, ich muss mir, ich muss den, ich muss den, ich muss den Tutorial angucken, wie ich das mache mit dem Dings. Was? Miki durch, hat er dem Mast Schummels gemacht? Hat er dem Mast Schummels gemacht? Was hat er gemacht, Chat? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht, Chat? Hat er wirklich, hat er wirklich seinem Team gesagt, er soll... Ach, okay. Das ist ja geisteskrank, Digga. Das ist ja geisteskrank. Hat er wirklich seinem Team gesagt, die sollen Dings... Okay, Chat, ich kann jetzt Richtung Nether ge... Warte mal. Ich mach mir jetzt eine Workbrink, die meh ich immer mit. Ich kann jetzt Richtung Nether gehen, oder? Ich hab alles. Ich kann jetzt Richtung Nether gehen. Oder brauch ich noch irgendwas? Ah, Bett, 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 Bett. Wichtiger Call. Wichtiger, wichtiger Call. Okay, sonst noch irgendwas? Ich auch nicht mehr. Okay. Jetzt brauch ich einen Lavasee, oder? Ja, ja, ich brauch noch einen leeren Eimer, aber den kann ich mir ja machen. Dann muss ich einen Lavasee finden. Ah, da ist ein Tempel. Oh, naja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Kürbis auch, ja, aber Kürbis kann ich auch, wenn ich rauskomme. Oh mein Gott, Bro. Oh, na. Oh, wichtige Goldöpfel. Flame Bringt bei Ender Dragon aber nichts Fuck Emeralds Bringt was Und noch ein Goldapfel Geht eigentlich klar Bringt was Bringt doch nichts Der bringt nichts bei Ender Dragon Feuerzeug Stimmt Für Essen oder so Aber ich hab eh keine Ender Schau mal Die Strings Okay Ich dachte also ich glaube bei Ender Dragon bringt es auch nichts Diese vernuttete Bung TNT Ja wozu brauche ich TNT Chat Chat ich bin Ich hatte 6 Stunden Schlaf Und bin Boah Digga ich hatte so wenig Schlaf Und äh bin jetzt immer noch wach Für Nether Royale Ach Digga wahrscheinlich brauche ich das Shit Ich das einzige was ich jetzt brauche ist ein Labersee man Das kann nicht sein Langsam muss es doch hier eingeben Ja da wo ich gespawnt bin Warte mal Spawnt man nicht immer 0-0 Chat Silge Ich glaube das ani Das ist ganz schnell